So ihr Lieben, wir kommen zu einem neuen Tune of the Week, heute Sonntag, 28.08.2022, es ist die Nummer 35 und während dieser Tune läuft, sitze ich wahrscheinlich noch im Flieger vor der Heimreise vom Edinburgh Tattoo. Da das Tattoo zu diesem Datum auch zu Ende ist, die letzte Show war dann am 27.08., ist auch die Musik nicht mehr geheim, man darf sie öffentlich spielen und ich habe mir ein Lied ausgesucht, was mir besonders gut gefällt und zwar ist es ein Vierviertelmarch, The Intercontinental Gathering. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Tune of the Week.